Sachsen-Meiningen war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen. Das 1680 durch Teilung des Herzogtums Sachsen-Gotha unter den Söhnen Herzog Ernstes I. von Sachsen-Gotha entstand. Ab 1871 war Sachsen-Meiningen einer von 26 Bundesstaaten im Deutschen Kaiserreich. Geschichte Der drittälteste Sohn Bernhardt I. bekam bei der Teilung des Herzogtums Sachsen-Gotha Altenburg im Jahr 1680 die ehemals hennebergischen Ämter Meiningen, Maasfeld, Wasungen, Sand- und Frauenbreitungen sowie die sächsisch-wettinischen Ämter Salzung und Altenstein mit dem Gericht Liebenstein zugesprochen. Er bildete daraus das neue Fürstentum Sachsen-Meiningen. Wie bei den älteren Brüdern Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha und Herzog Albrecht von Sachsen-Koburg erhielt Sachsen-Meiningen volle Landeshoheit im Reichsverband. Durch das Aussterben der Linien Sachsen-Koburg 1699 und Sachsen-Römhild 1710 wurde das Territorium des Fürstentums nach jeweils lang und zum Teil kriegerischen Erpaus-Ainandersetzungen deutlich vergrößert. 1735 wurden das Amt Neuhaus und das Gericht Sonneberg von Sachsen-Koburg und 1753 zwei Drittel der Herrschaft Römhild-Sachsen-Meiningen zugesprochen. Das Land nannte sich nun in der Zeit von 1735 bis 1826 Sachsen-Meiningen-Koburg. Sachsen-Meiningen hatte bereits 1723 die Hälfte von Sachsen-Hildburghausen und 1729 auch die schaumbergische Hälfte des Amtes Schalkhaus sowie 1732 den schaumbergischen Gerichtsbezirk Raunstein erworben. 1742 entstand bis 1826 aus dem Gericht Sonneberg ein Amt Sonneberg, das zusammen mit den Ämtern Schalkau und Neuhaus sowie dem Gericht Raunstein räumlich vom Kerngebiet um Meiningen durch das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen getrennt war. Für dieses Gebiet bürgerte sich die Bezeichnung Meininger Oberland ein. Das Kerngebiet um die Residenzstadt Meiningen wurde nun als Meininger Unterland bezeichnet. Bis 1806 gehörten die Ämter Meiningen, Maasfeld, Basungen, Sand, Frauenbreitungen und Amtsalzungen zum Fränkischen Reichskreis. Die letzte Neuordnung und Territoriumsveränderung der enderstinischen Herzogtümer erfolgte nach dem Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg im Jahre 1826 durch den Teilungsvertrag zu Hildburghausen. Bis auf die Ämter Königsberg und Sonnefeld erhielt Sachsen-Meiningen ganz Sachsen-Hildburghausen, die Ämter Saalfeld, Greventhal und Thema Kamburg mit 15 Orten des Kreisamts Eisenberg, Kranichfeld und ein Drittel des Amts Römhild zugesprochen. Sachsen-Koburg-Saalfeld bekam dafür Sachsen-Gotha, das in Personalunion als Doppelherzogtum Sachsen-Koburg und Gotter verwaltet wurde. Der Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen wurde zum Ausgleich mit Sachsen-Altenburg abgefunden. Seit 1815 war Sachsen-Meiningen Mitglied des Deutschen Bundes. Das Herzogtum Sachsen-Meiningen erhielt 1829 eine eigene Verfassung und den Auslandständen Vereinten Meininger Landtag, der sich aus 24 parlamentarischen Abgeordneten zusammensetzte. 1833 wurde das Herzogtum im Zoll- und Handelsverein der thüringischen Staaten Mitglied des Deutschen Zollvereins. Im Deutschen Krieg 1866 stand Sachsen-Meiningen auf der Seite Österreichs, so dass eine preußische Kriegserklärung am 11. Juli erfolgte. Nach der Niederlage Österreichs und dem späteren Austritt am 26. Juli aus dem Deutschen Bund ersuchte Herzog Bernhard II. um die Aufnahme in den Norddeutschen Bund. Dieses wurde ihm nur unter der Bedingung der Abdankung zugunsten seines damals preußenfreundlichen Sohnes Georg II. zugesagt. Nach langwierigen Verhandlungen über einen Auseinandersetzungsvertrag mit seinem Sohn dankte der Herzog schließlich am 20. September nach dem Einrücken eines preußischen Infanterieregimentes in Meiningen zugunsten des Erbprinzen Georg ab. So konnte am 8. Oktober ein Friedensvertrag geschlossen werden, der lediglich gegen Abtretung des Dorfes Abtlebnitz bei Kamburg ohne weitere Kriegsentschädigungen die Aufnahme in den Norddeutschen Bund ermöglichte. 1871 wurde das Herzogtum Mitglied des Deutschen Reiches, das den Norddeutschen Bund ersetzte. Im Bundesrat in Berlin ließ es sich durch das Königreich Bayern vertreten und nicht wie die meisten anderen thüringischen Staaten durch das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Herzogliche Residenz und Landeshauptstadt war die heutige Kreisstadt Meiningen mit dem Residenzschloss Elisabetenburg. Die bekannteste und meistgenutzte Sommerresidenz der Meininger Herzöge befand sich im Schloss Altenstein in Bad Liebenstein. Weitere Residenzen waren die Westerheldburg, das Schloss Landsberg sowie die Villa Carlotta in Trimezzo am Comersee. Nach der Abdankung des Herzogs 1918 wurde aus dem Herzogtum der Freistaat Sachsen-Meiningen Schlösser des Hauses Sachsen-Meiningen Punkt, 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 Punkt. Weitere Daten Bevölkerung 143.933, 187.1957, 278.762 Außerdem lagen 1910 im Vergleich zu 1833 folgende Orte über der Marke von 2000 Einwohnern Gemeinde Steinach, Gemeinde Lauschart, Gemeinde Oberlin, Gemeinde Schweiner, Stadt Himmer, Stadt Kamburg, Stadt Gräfenthal, Stadt Schalkau Gemeinde Breitungen, Gemeinde Steinheit, Gemeinde Judenbach und Stadt Leesten, Verwaltungsgliederung Landkreis Hildburghausen, Landkreis Meiningen, Landkreis Saalfeld, Landkreis Sonneberg, Exklaven, Oberen, Dietlers, Kamburg, Kranichfeld, Treppendorf, Mülder, Rödelwitz, Großkochberg, Mosen, 14 Heiligen und Lichtenhain bei Jena Liste der Herzöge von Sachsen-Meiningen 1680-1826, 1680-1706 Bernhardi, Sohn Ernst des I. von Sachsen-Gotha 1706-1724 Ernst Ludwig I. Sohn Bernhardi 1724-1733 Vormundschaftlich Friedrich Wilhelm und Anton Ulrich Söhne Bernhardi Anstelle von Ernst Ludwig II. Und Karl Friedrich, Söhne Ernst Ludwig I. 1733-1743 Karl Friedrich, Sohn Ernst Ludwig I. 1743-1746 Friedrich Wilhelm, gemeinsam mit seinem Bruder Anton Ulrich 1746-1763 Anton Ulrich, Sohn Bernhard I. 1763-1779 Regentin Charlotte Amalie II. Gemahlin Anton Ulrichs Anstelle und 1775-1779 unter Mitregentschaft des Sohnes Karl Wilhelm 1779-1782 Karl Wilhelm August, gemeinsam mit seinem Bruder Georg 1782-1883 Georgi, Sohn Anton Ulrichs 1803-1822 Regentin Luise Eleonore, Witwe Georg Sie anstelle des Sohnes Bernhard II. 1822-1826 Bernhard II. Sohn Georg Sie. Nach der Neugliederung 1826-1918-1826 1866 Bernhard II. Sohn Georg Sie. 1866-1914 Georg II. Sohn Bernhards II. 1914-1918 Bernhard III. Sohn Georgs II. Chefs des Hauses Sachsen-Meiningen. Mit der November-Revolution 1918 wurde in Deutschland die Monarchie abgeschafft. Seither wird das Oberhaupt der Linie als Chef des Hauses Sachsen-Meiningen bezeichnet. Die Nachkommen tragen den Namen Prinz von Sachsen-Meiningen. Herzog zu Sachsen. 1918-1928 Bernhard von Sachsen-Meiningen. 1928-1941 Ernst von Sachsen-Meiningen, Sohn Georg II. 1928-1946 Georg von Sachsen-Meiningen, ältester Sohn des Prinzen Friedrich und Enkel Georg II. 1946-1984 Bernhard von Sachsen-Meiningen, jüngster Sohn des Prinzen Friedrich. Seit 1984 Friedrich Konrad von Sachsen-Meiningen, Sohn des Prinzen Bernhard. An den sogenannten pea- foldene